Die SBB hat mit 40 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Quote an Mitarbeitenden über 50 Jahren. Der Generationentausch ist eine riesige Herausforderung. Die anstehende Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge, der sogenannten Babyboomer, stellt den Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen. Gemäß einer Studie der Credit Suisse werden in den nächsten zehn Jahren rund 1,1 Millionen Menschen in Rente gehen. Die Zahl derjenigen, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten, werde deutlich darunter liegen. Gesamtwirtschaftlich gesehen wird es nicht möglich sein, alle Babyboomer zu ersetzen. Mit diesem Phänomen hat die gesamte Schweizer Wirtschaft zu kämpfen, aber die SBB ist durch ihre Altersverteilung überdurchschnittlich betroffen. Gerade weil die gesamte Wirtschaft betroffen ist, wird es für die SBB sehr schwierig werden, genügend Nachwuchs zu rekrutieren. Dies sagt Manuel Buchmann vom Kompetenzzentrum für Demografie-Demografik. In Zahlen, insgesamt sind knapp 12 000 der rund 31 000 Angestellten mindestens 50 Jahre alt. In den nächsten 15 Jahren müssen also 40 Prozent der Belegschaft ausgetauscht werden. Im gesamtschweizerischen Durchschnitt ist etwa ein Drittel der Angestellten 50 plus, ordnet Buchmann ein. Hinzu komme bei der SBB ein überdurchschnittlich tiefer Anteil an unter 30-Jährigen und ein sehr tiefer Frauenanteil. SBB spricht von anspruchsvoller Lage. Auf Anfrage sagt die SBB, aufgrund des Fachkräftemangels sei es anspruchsvoll, den Personalbedarf mit kompetenten Spezialistinnen und Spezialisten zu decken. Mediensprecherin Sabrina Schellenberg hebt dabei IngenieurInnen und Handwerker hervor. Auch im IT-Bereich sei die Rekrutierung anspruchsvoll.